Schwierig, extrem schwierig. Das hört man sowohl aus der ÖVP als auch von den Grünen über die laufenden Koalitionsverhandlungen. Das Wochenende ist durchverhandelt worden. Beide Partner treten einander weiterhin in freundlicher Atmosphäre gegenüber. Doch bei Migration, Steuern und Verkehrsprojekten und auch in der Bildung kommt man kaum vom Fleck. Keine Rede mehr davon, dass die Regierung bis Weihnachten steht. 50-50 stünden die Chancen, dass ein Abschluss überhaupt gelingt, heißt es von seitens mehrerer Verhandler. Hinter den Kulissen überlegen Strategen bereits, was passiert, wenn Türkis Grün scheitert. Und da kristallisiert sich immer mehr die Option heraus, die ÖVP-Chef Sebastian Kurz selbst im Wahlkampf lanciert hat. Eine Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten. Eine Regierungsform, wie sie derzeit etwa in Dänemark praktiziert wird. Demnach müsste Kurz zumindest pro forma Gespräche mit SPÖ und FPÖ führen. Erst wenn klar ist, dass es hier auch keine Einigung gibt, könnte er das Projekt Minderheitsregierung angehen. Nach Beratungen mit dem Bundespräsidenten müsste Kurz ein Regierungsprogramm erstellen, in dem sich alle zumindest in Teilbereichen finden. Es darf nicht zu detailliert sein, um Verhandlungsspielraum zuzulassen. Das Ziel, Projekte mit wechselnden Mehrheiten im Parlament beschließen. Die Minister dürfen nicht nur ÖVP-Vertreter sein, sondern müssten vor allem Entschlüsselressortsangebote an SPÖ, FPÖ und Grüne sein, ähnlich der jetzigen Übergangsregierung. Der Kanzler müsste aktiv und kooperativ auf das Parlament zugehen, weil er es für Mehrheiten braucht. Was für eine Minderheitsregierung spricht, keine Partei will in der jetzigen Situation Neuwahlen. Und nach ein oder zwei Jahren könnten sich SPÖ oder FPÖ soweit stabilisiert haben, dass sie für die ÖVP wieder als Regierungspartner infrage kommen.